Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir bringen dich ins Krankenhaus, so Werther Kenneth Oh, danke, Mila Oh je, sieht aus, als wärst du böse hingefallen Komm mal mit Ich glaube, das Butterbrot ist verdauben Ist alles okay, Herr Bürgermeister? Naja, mir ging's schon mal besser Oh, das ist nicht gut Komm, wir bringen ihn auch zum Arzt, Morphel Verwandl dich in einen Krankenwagen Kenneth muss sich ausruhen Also bitte keinen Unfug während der Fahrt, ja? Lass mich raten Grün vor Neid? Verdorbenes Butterbrot? Komm schon rein, ich helf dir sofort Okay Alle verstecken Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Gefunden Das war leicht Ich, ich kann nichts dafür Es juckt mich überall Hm, Morphel Ich glaub, du musst dich wieder in einen Krankenwagen verwandeln Okay Und ab jetzt? Sei vorsichtiger mit verdorbenem Essen Oh je, Mine Heute ist viel los Es juckt so sehr Glaube ich gern Das ist eine allergische Reaktion Komm mit, ich habe eine Salbe dafür Oh Oh Alles okay Morphel? Genji Hm Sieht aus, als könnte unser kleiner Helfer auch Hilfe gebrauchen Oh Geht's schon besser? Ja Ich bin der stärkste Superheld Ich kann ganz einfach dieses Auto heben Morphel, lass ihn uns helfen Ich bin auch ein Superheld Und ich kann fliegen Wuhu Wui Hilfe! Hilfe! Bucky will nur spielen Er beißt nicht Schaff das Ding hier weg Lassen Sie diese Frau in Ruhe, Mister Wie auch immer Wuhu Vielen Dank, ihr Superhelden Wem kann ich dafür danken? Wie heißt ihr denn? Ich kann's Ihnen nicht verraten Wir sind die maskierten Superhelden Und wir haben geheime Persönlichkeiten Gebt die Pokale zurück Gebt die Pokale zurück Aber in der Schule habe ich nie Pokale gewonnen Ja, jetzt bin ich ganz offiziell der weltbeste Ballettänzer Wie ist das denn? Ich kann's noch machen Ich kann nicht nur noch mal gerne zurück. Nein, nein. Den kannst du behalten. Da steht... Bester im Geschnappt werden. Wir sind Siegerstein? Ja! Wir stehen hier mit den Helden, die alle Pokale der Stadt gerettet haben. Wir haben eine Frage an euch. Wer seid ihr? Wir können es Ihnen nicht verraten. Wir sind die maskierten Superhelden. Und wir haben geheime... Ich bin Troy. Ich bin April. Morphel! Wow! Wie ist denn all dieses magische Haustier-Spielzeug so plötzlich hergekommen? Morphel weiß nicht! Lass sie uns wegräumen! Und dann dieses Rätsel auflösen! Yeah! Aber wir sind nur zu zweit! Und es sind so viele Spielzeuge! Wow! Zwei Morphel? Zusammenarbeit! 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 Alles wird so viel einfacher, wenn man zusammenarbeitet. Aber wie kam es nur zu dem Spielzeug? Und in zwei Morphin? Das war Dabla. Seine magische Kraft ist, dass er so ziemlich alles verdoppeln kann. Ja! Hm, wer ist das wohl? Guten Tag, Sir. Wir sind richtige, echte Pfadfinder. Und wir verkaufen Kekse. Die sehen toll aus. Hm, ich glaub, ich nehm ein paar Kekse. Mila, Morphin, die Banditen haben Dabla gestohlen. Oh, wir müssen sie schnappen. Aber sie sind so weit weg. Wie können wir sie nur schnappen? Äh, Freirad! Nicht schnell genug. Morphin, verwandel dich in ein superschnelles Polizeiauto. Ah! Da sind sie! Oh nein, lauf! Wo sind sie hin? Ich bin mir sicher in die Richtung. Ah, schau, Morphin. Sie sind da, hinter uns. Wie haben sie das nur geschafft? Wir haben euch! Oh, oh! Dabla ist nicht bei Ihnen, Morphel. Raus damit! Wo ist Dabla? Dabla? Vielleicht ist er bei den Instrumentenbanditen. Oder den Federbanditen. So viele Banditen! Oder vielleicht ist er... Bei den Morphel-Banditen! Morphel, verwandel dich in ein... Und hier, fängt die Pflasterbanditen. Ja! Morphel! Ein neues Banditenmobil kann die Kraft jedes magischen Haustiers nutzen, ohne dass wir ihre menschlichen Gefährten sein müssen. Und mit Dabla hier? Können wir uns selbst kopieren. Reda, wir wollen aber nicht die Radbanditen sein. Wir werden die Büroklammerbanditen sein. Hahaha, ja! Hm. Wir, die Morphel-Banditen, haben Morphel gestohlen. Wir verwandeln ihn in einen Bulldozer, dann stehlen wir ganz einfach die Reifen der Autos. Nein! Verwandeln ihn in eine Pizette, dann können wir einfacher Federn rufen. Du Dummkopf! Selber Dummkopf! Ihr seid beide doof! Oh, so viele Morphels! Morphel, verwandle dich in einen Bulldozer. Morphel, verwandle dich in eine Pinzette. Morphel, verwandle dich einfach nicht. Natürlich nicht, weil wir sie noch nicht ins Banditenmobil gesteckt haben. Du das nicht! Wenn du Dubler rausnimmst, sind wir wieder nur zu zweit. Wir entwischen! Morphel hat einen Plan? Was tun wir? Nein, Morphel hat nicht Plan. Freirad? Nein, nicht schnell genug. Hm. Morphel braucht eine Mila. Endlich! Jetzt brauche ich Morphel zurück. Mila, Mila, hilf Morphel! Mila, mach einen Plan. Hi, Morphel. Ja, aber da sind so viele Banditen. Wenn sie sich zusammentun, haben wir gar keine Chance. Banditen nicht zusammentun? Banditen haben immer Streit. Wirklich? Dann denke ich, haben wir vielleicht noch eine Chance. Morphel 1, verwandle dich in einen T-Rex. Morphel 2, verwandle dich in einen Roboter. Morphel 3, verwandle dich in einen großen Fächer. Jetzt tut euch zusammen und blast die Federn weg. Oh nein! Morphel 4, verwandle dich in eine Rampe. Dabler-Banditen, wir brauchen mehr Federn. Nein, wir brauchen mehr Räder. Doppelt so viele. Das ist eine blöde Idee. Du bist die blöde Idee. Nein, wir brauchen Räder. Federn! Ähm, ich nehme an, wir befreien jetzt Dabler. Wiedersehen, andere Morphels. Wiedersehen! Wiedersehen! Nein, 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 nein. Das ist nicht, was wir jetzt tun sollten. Doch das ist es. Morphel, verwandle dich in einen großen Roboter und schnapp sie. Und dann waren da 4 Morphel und 4 Banditen und es war total aufregend. Wow, das klingt beängstigend. Nicht beängstigend, aber die Banditen konnten sich nicht einigen, aber wir schon. Und dann retteten wir Dabler. Und dann gab es wieder nur ein Morphel. 2 Morphel, 2 Umarmungen. Awww. Hey, Jorn. Ja, Stein? Ich bin froh, dass du der Bandit warst, der von allen übrig geblieben ist. Oh, ich auch, Stein. Gute Nacht, Jorn. Gute Nacht, Stein. Da, da ist ein Krokodil in meinen Äpfeln. Oh nein, oh ho. Ein Hai. Ein Hai. Du bekommst den Preis für... Lass uns unseren wunderschönen Garten bewässern, Baki. Warte mal, das ist gar kein Schlauch. Das ist eine... Schlaufe! Wir sind die furchterregenden Tierbanditen. Wir stehlen furchterregende Tiere und setzen sie in der Stadt aus. Aber Stein, ich dachte, wir sind... Lass den Tiger frei! Lass den Tiger frei! Lass den Tiger frei! Oh nein! Wir müssen ihnen helfen, Morphel! Morphel? Morphel kann nicht helfen! Tiger angsterregend! Der Tiger macht mir auch Angst, Morphe. Er ist sehr gefährlich. Aber du brauchst keine Angst vor dem Tiger zu haben. Du kannst dich in etwas Großes verwandeln, sodass der Tiger Angst vor dir hat. Ich weiß, was einem Tiger Angst machen würde. Guck, ein großer T-Rex. Ich hab noch immer Angst. Natürlich, aber du solltest es trotzdem tun. Weil je öfter du etwas machst, desto weniger Angst wird es dir machen. Ja. Jetzt lass uns alle anderen Tiere aus der Stadt fortschrecken. Bum. 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 Wegen dieser furchterregenden Tiere bleibt jeder in der Stadt schön zu Hause. Und wir führen unseren eigentlichen Plan endlich durch. Ja, wir sind eigentlich die Obstbanditen. Täglich einen Apfel essen und du kannst den Arzt vergessen. Wenn wir alles Obst der Stadt essen, müssen wir nie wieder zum Arzt gehen. Oh, denn der Arzt ist echt furchterregend. Wir müssen sie stoppen. Verwandle dich in ein großes Krokodil. Ein großes, gefährliches Krokodil. Banditen, ihr müsst das ganze Obst gar nicht stehlen. Ich hatte auch Angst vorm Doktor, aber ich bin trotzdem hingegangen. Und jetzt habe ich keine Angst mehr. Denn wenn du etwas ganz oft machst, wirst du keine Angst mehr dafür haben. Wirklich? Hallo, da sind sie ja. Bitte folgen Sie mir. Er ist überhaupt nicht der ängstigen Stein. Was ist los, Morphe? Angst! Hey, du kleiner Freund. Es ist nur eine harmlose kleine Spinne. Schau. Es ist okay. Er ist nur neugierig. Ich glaube, er mag dich. Weißt du was? Du könntest dich doch auch in eine Spinne verwandeln. Weißt du was? Was wirst du jetzt machen, Morphe? Trämpolin! Ich bin bereit, wenn du's bist, Morphe. Was in aller Welt war das? Wo kam diese Riesenspinne her? Ach, verrückt. Wir sind die Lunch-Paket-Banditen. Ja, her mit dem Mittagessen. Aber ich hab kein Mittagessen. Dann musst du dafür halt mit Geld bezahlen. Der Nächste, bitte. Nein! Oh-oh. Das sieht nicht gut aus. Rette ihn, Morphe. Er bin beim Sandwich. Niemals. Los, schnappen wir diese Banditen. Oh, Schaustein. Eine Riesenspinne. Zeit, hier abzuhauen, Jan. Anfänger! Ja! 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 Wow! Was für ein Held! Du hast alle gerettet. Und mein Sandwich. Morphe, verwandel dich in einen Zug. Hab alle ganz viel Spaß am Strand. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Untertitelung. BR 2018 Oh nein, Morphe, der Elefant ist weg. Oh nein, wir müssen sie finden. Jetzt ist auch noch der Löwe weg. Wo ist er nur hin? Morphe weiß nicht. Und jetzt ist sogar noch die Giraffe weg. Hm, Banditen. Ja, die Banditen stecken bestimmt dahinter. Wir suchen sie. Aha, da seid ihr, Banditen. Was habt ihr mit all den Tieren gemacht? Hä? Welche Tiere? Die Tiere, die in den Wägen waren, die verschwunden sind. Du meinst die Wägen, die verschwunden sind? Einfach so? 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 Wir haben euch! Aber wo ist der dritte Affe? Oh oh, ist der auch weg? Keine Sorge, wir finden ihn. Da bist du ja! Macht keinen Spaß, allein zu sein, oder? Jetzt, wo ihr wieder vereint seid, lasst uns die anderen Tiere suchen. Die müssen sich genauso allein und einsam fühlen, wie ihr euch gerade gefühlt habt. Wenn ihr sie findet, ruft einfach Morphe! Oh oh! Morphe, fahr die Schienen hoch bis direkt unter den Elefanten! Toll! Lass uns jetzt die anderen finden! Wow! Du siehst toll aus, Lebe! Ja! Ja! Jetzt brauchst du nur noch die Giraffe! Ui! Da bist du ja, Giraffe! Seht ihr Affen? Es macht viel mehr Spaß, zusammen zu sein! So, lasst uns zum Strand gehen! Wiedersehen, Giraffe! Bis später! Bis dahin! Hi-h-h-h. Guck mal, Morphel. All diese Dinge haben ihre Farbe verloren. Wow. Morphel, verwandel dich in einen magischen Farbpinsel. Morphel, Gras ist nicht blau, sondern grün. Oh. Oh. Tom, Morphel. Morphel, Gras ist nicht blau, sondern grün. Nein, meine Ampel war grün. Äh, Moment mal. Diese Objekte haben keine Farbe. Genau wie ich. Aha. Du hast also die ganzen Farben in dieser Stadt weggenommen. Das solltest du wirklich nicht tun. Eine Welt ohne Farben macht nämlich gar keinen Spaß. Das ist lustig. Das ist lustig. Lass uns noch mehr Tiere mit lustigen Farben anmalen. Juhu. Da bist du ja, Kroma. Ich hab dich gesucht. In der Stadt gibt es viele Probleme, weil du alle Farben weggenommen hast. Morphel kann Kroma helfen, alle Dinge in ihren ursprünglichen Farben anzumalen. Hallo ihr. Unser Feuerwehrauto hat seine Farbe verloren. Morphel und Kroma können dabei helfen. Nein, Morphel. Ein Feuerwehrauto ist immer rot. So wie du. He, 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 he. Ich danke euch so sehr, Morphel und Kroma. Hi, Wolkenmonster. Hohu. Hohu. Tja, also, sie hatten wohl doch recht. Bitte, nach ihnen. Wow, ihr habt ja schon alle Probleme in der Stadt gelöst. Morphel und Chroma, ihr seid ein tolles Team. Chroma mag an meinen sehr. Hm, ich hab eine Idee. Chroma, willst du einen menschlichen Gefährten der Farbe auch so lieb wie du? Super, du bist das perfekte magische Austier für einen Maler wie mich. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020